Just Music Just Music auf der Musikmesse 2015 am Stand von EVE Audio mit Roland Stenz. Morgen Roland. Guten Morgen, willkommen hier auf dem Stand von EVE Audio. Schön, dass du da seid. So, hier unten stehen jetzt zwei ganz kleine Lautsprecher mit Gummifüßen. Davon gibt es noch nicht so viele auf dem Markt. Was kannst du mir denn zu diesen Geräten erklären? Ja, also die Idee war tatsächlich einen schmalen Lautsprecher oder einen kleinen Lautsprecher auf den Markt zu bringen. Wir haben uns hier für ein Master Slave Prinzip entschieden, was dann erlaubt, dass wir einen USB Eingang drin haben, optischen Eingang und eben auch einen Subwoofer Ausgang. Also, da kommen wir vielleicht später noch durch den Lautsprecher mal. Was wir hier haben, ist ein 3 Zoll Tieftöner, einen neu entwickelten Airmotion Transformer, den nennen wir Micro AMT. Wir haben wieder die von EVE Audio üblichen Kontrollmöglichkeiten, also Volume Settings hier in der Front mit dem Encoder. Einschalten, Ausschalten, die ganzen Filter Settings und weil wir jetzt hier ein Master Slave Prinzip haben, können wir auch Balance unterbringen. Also man kann zwischen rechts und links eben die Balance ändern. Das fanden wir ganz sinnvoll bei so einem kleinen Lautsprecher. Gemeint ist der für Desktop Anwendungen, aber mit dem orangefarbenen Flexipad ist es möglich, das sieht man hier oben, verschiedene Aufstellmöglichkeiten zu haben. Also man kann die Front vertikal oder 7,5 Grad nach hinten oder 15 Grad nach hinten neigen. Und damit kann man es eben von Desktop Application bis hin zu normalen auf Mikrofonstände geschraubten Application benutzen. Wir haben auch eine Mounting Solution dafür, sodass wir das eben einfach auf Mikrofonstände aufschauen können. Auf Mikrofonstände, richtig, ja? Genau, das ist so die Idee, nicht um möglichst flexibel zu sein, weil diese kleinen Lautsprecher, die haben doch einen ziemlich großen Frequenzumfang, sodass sich das auch lohnt, nicht nur den als Desktop Monitor zu sehen, sondern man kann den tatsächlich auch als Full Range kleinen Lautsprecher nehmen. Wir haben hier auf der Rückseite eine Passivmembran und diese Passivmembran erlaubt eine wesentlich tiefere Abstimmfrequenz und wir sind hier bei einer unteren Grenzfrequenz minus 3 dB von 62 Hz. So, aufgrund der Größe kann dieser Lautsprecher natürlich nicht so laut spielen wie eine 204, unser 4 Zoll Lautsprecher, aber das ist auch nicht der Sinn von diesem Lautsprecher, aber er ist eben in demselben ähnlichen Frequenzbereich und das fanden wir dann auch sinnvoll, so zu tun. Ja, da fehlt ja eigentlich nur noch die passende Tasche dazu. Das ist richtig, da werden wir auch öfters schon gefragt und da werden wir auch uns Ideen überlegen, dass wir da eine Tasche haben. Und ja, sollte vielleicht dann wirklich sein, das stimmt. Und wann können wir so circa in den Just Music Filialen in Deutschland mit diesem Lautsprecher denn zum Testhören rechnen? Also wir rechnen damit Ende zweites Quartal, drittes Quartal, so in diesem Zeitareal. Wir sind also, die Produktion ist im Grunde kurz vorm Beginn und das sieht alles sehr gut aus und da sind wir ganz hoffnungsgroß, dass wir das Zeitfenster dann auch erreichen können. Und natürlich obligatorisch der UVP? Der UVP, es kommt als Master Slave Set, das ist also wichtig. Es sind also in einer Verpackungseinheit eben wirklich der Master und der Slave drin und der UVP, der wird bei 600 Euro liegen. Als Paar dann? Ja. Alles klar. Roland, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Auch. Vielen Dank.